Der Typ ist voll streng an der Tür, aber ich kenne ihn, weil er ist ein guter Bekannter von Merkel seinem Zwillingsbruder. Wer bist du, Mann? Du Kartoffel, ja? Okay, komm rein. Du hast hier voll zu Ende. Check-in Procedure. Wie sei der Kapitän? Er sagt krass. Wie sei der Kapitän? Er sagt, was geht ab? Willkommen! Jukrox, willkommen hier bei dem Stream von Erekan und Stefan. Hast du gedacht? Nein, ich bin da der... wie heiß dich eigentlich? Ich kann nicht Ahnung, aber ich bin Hasenberkel. Du bist Hasenberkel, du bist Nackenschelle! Du bist Nackenschelle! Ich hab den Stream nur noch. Ich bin der Krasse, du bist der Bugs Bunny, wie heiße ich mal, keine Ahme, wie heiße ich? Daffi Dack, Brudi. Daffi Dack, Daffi Dack, Mann. Der Erkan Dack bin ich und du bist der Nackenschelle, ey. Ich bin der Bugs Stefan, ey. Keine Ahnung, wo Erkan Stefan sind, scheißegal. Aber irgendwas wagt hier die ganze Zeit. Den Twitch-Kanal haben wir halt übernommen. Oh, Nackenschelle. Nackenschelle, Brudi. Nackenschelle. Was tut das denn, du alter Fekitarier eigentlich da drüben? Ey, immer Karotten, krassrotten, ey. Es geht ab, ey. Ey, sag mal, hey, Bunny. Hey, Bunny. Fett gekommen. Nackenschelle, schau mal. Ey, fassi. Ich habe übrigens heute, ich habe gekocht. Lecker ist 58, du hast gekocht. Ich habe gekocht, ja. Mit meiner Kochhose. Ich habe meine Kochhose angezogen. Du kannst doch gar nicht kochen. Ja, ich habe gebacken. Ich habe alles so Crossover gemacht. Was hast du denn gekocht, gebacken? Gebraten. Ich habe, also, pass auf. Machst du so Buckstream, oder? Ja, genau. Wie die Oxana. Hallo, ich mache euch großen Buckstream. Und dann ist sie voll fett geworden, weil sie die ganze Zeit gebackt hat, ey. Ja, weil sie über den Teig gegessen hat. Machen wir den krassen Assassin's Creed Jump, oder? Ja. Oh, die Fische. Aber ich habe den Teig probiert. War nicht süß. Deswegen habe ich nichts für Teig gegessen. Wieso hast du was gebacken? Ich habe mich doch was gewünscht. Ich habe mich Triebelkuchen gewünscht. Jetzt backst du was. Ja, Kuchen muss man noch backen, oder? Backe, backe, Kuchen. Kennt ihr das berühmte deutsche Rap-Lied? Backe, backe, Kuchen. Der Bäcker hat gerufen. Da ist noch einer. Wo sind meine Jungs? Das ist ein Schatten? Das ist ein Schatten. Das bin ja ich. Schau mal, das bin ich da unten. Das ist ein Schatten. Ich mache dich gleich Backe, Backe, Kuchen, Mackenschelle. Du hast gesagt, Erkan, was soll ich dir kochen? Und dann komme ich hier und dann sagst du, ich habe dir was gebacken. Hm? Macht man doch nicht mal. Ich will ja nicht schon wieder motzen. Ich habe ihn in der Backform gekocht. Mein Ingenieur. Läuft, oder? Läuft, läuft, läuft. Läuft. Was ist der nächste Auftrag? C. Ui! Boah! Ein Bomber. Ein Bomber. Sie brauchen einen Bomber, um mich zu killen. Mit einem Bomber. Sonst schaffen sie es nicht. Ey, das ist mein erster Zwiebelkuchen. Ich hatte so einen Zwiebelkuchen. War auf mich. Echt, oder? War auf mich. War Hammer. Dann probiere ich jetzt auch mal. Yes! Also willkommen zu Stefans krassen Stream. Heute mal ohne Erkan. Du kriegst dann, oder? Ja, Mann. Ich habe kurz überlegt, ob du mich vergiftet hast. Das probiere ich mal. Ich ess ja auch drauf. Dinger, der Teig ist ja der Hammer. Nein! Nein! Auf deinen Platz, Dinger! Alter, wie krass! Halb 10! Stufe 2! Eeeeeee! Yes! Yes! Warte, warte! Ja! Halb 3! Könnt ihr! Wie lassen wir deinen Notfimber? Okay! Was man jetzt so findet unter dem Stuhl? Oh, geht krass! Ja! Wir haben hier Titis. Titis im Vorspiel. Dieser Stream wird den gesponsert von... Titis! Titis! Einfach immer lecker! Ja! Stefan, du hast doch noch gesagt, heute haben wir nichts zum Essen in den Strank. Und dann? Dann habe ich nochmal genauer nachgesehen. Und was habe ich gefunden? Titis! Und der Abend war gerettet! Titis, immer besser! Ein Fasendreher! Merken ist halt voll Lead-Speech mittlerweile, oder? Ey! Boah! Was war das denn? Boah! Gib dir mal das... Das Schwein an, ey! Du aufzutubiertes Dünnertier! Geht's noch, ey! Wie der mich weggerammt hat, ey! Ich... Ich hoffe, Anja... Ich hoffe... Du bist so süß! Du bist so süß! Festlochen, oder? Headshot! Was ist der Werkboss? Du bist gut, ey! Frag out! Oh Mann! Aaaaaaah! Fucking... L1! Das ist L1 mal Handgranate! Fuck! Ich hab' mit der Handgranate Glück geschossen! Scheiße! Ganz genau! Die ist echt der Arztenstyle, oder? Was meinst du, ich soll... Sollen wir die holen, oder was? Aber die ist echt total... Da sieht man ja gar nichts mehr! Wir lassen uns an Not von mir rüberwachsen! Wie wär's mit der hier? Wie wär's mit der? Hä? Hey, Erkan! Wie... Was hältst du von der? Die ist ja fast zu edel, oder? Die gute alte Randolph! Hey Erkan, schau mal!